Der Reiz und die Faszination ist es, die Menschen, mein Team, jeden Morgen anzutreffen. Und der Reiz ist, immer noch nach zehn Jahren hochwertige, qualitative Produkte herzustellen. Es macht mir enorm viel Spass, weil die Infrastruktur top modern ist und ich kann genau arbeiten und den Rolls Royce unter dem Implantat herstellen kann. Und das macht es natürlich schon enorm aus. Der Unterschied zu unseren Mitbewerbern ist das extrem scharfe Gewinne und die Tridoc-Technologie. Dank unserer Novol produzieren wir auch Flankrämmaschinen und wir brauchen keinen weiteren Prozessschritt, wie zum Beispiel ein Graben. Und ich wollte mal in der Medizinaltechnik, weil das halt einfach die Königsklasse ist bei der Metallverarbeitung. Und das ist halt schon, wenn man jetzt Medartis anschaut, eben das Portfolio, das wir haben, ist natürlich schon genial. Nicht hinter den Mitarbeitern stehen, sondern ganz vorne und ein Motor sein. Die Firma Medartis ist eine einzigartige Firma. Schweizer Qualität, exklusive Produkte und eine schöne gewisse Harmonie auch in der Firma. Für mich steht Medartis für Swiss Made und Rolls Royce unter dem Implantat. Ich bin André Faub, Leiter der Schraubenfertigung bei der Medartis. Ich heisse Reto Wolf und arbeite bei der Medartis in der Plattenfertigung als CNC-Operateur.